wir könnten dort einzelne tränke oder nicht ganz so alltägliche tränke reinpacken und vielleicht doch das teil hier so minsk braucht jetzt dringend meine heilung ich helfe wo immer ich kann minsk muss ja unbedingt da unten stehen der bär ist noch friedlich bär ist verletzt und die wolfspads nehmen wir mit den können wir nämlich auch noch verkaufen wenn da schon der wolf unbedingt was kann ich tun drauf gehen musste so ein wenig und ein kurzbogen den wenig identifizieren können plattenpanzer stein zu fleisch konnten wir natürlich nicht kopieren und ich sollte solche sachen vor quicksafen gut ihr solltet sowas echt quicksafen auch wenn es lame ist aber gerade solche sachen wie stein zu fleisch so dann lassen wir die leute mal raus oh danke sehr werte damen ich danke euch sehr dass ihr mich hier raus wurde ich hatte solche angst ich komme hier raus so erst mal die kinder raus lassen ich wer seid ihr kommt doch nicht um mir auch weh zu tun nicht wahr nein mein kind ich bin hier um dich zu befreien schnell jetzt oh oh schluchze ich bin frei und danke sehr werte damen danke sehr ihr habt ihn ihr habt den schlüssel den göttern sei dank und euch sei dank für alles was ihr getan habt wir sind frei meine brüder geht nun und befreit die frau hendak wird das herz unseres sogenannten eigentümers mit seinem schwert durchbohren auf das er uns nie mehr belästigt geht und genießt eure freiheit den göttern sei dank wir sind frei endlich frei nochmals dank meine freunde und nun zu diesem schurken letinan unterstützt mich wenn ihr wollt ansonsten seht zu wie hendaks rache vollendet wird lauft lauft um euer leben die sklaven sind entkommen rennt um euer leben sie werden uns sicher töten ja das wird hendaks sein und er war allein in dieser zelle weil sich der andere gladiator wahrscheinlich schon aufgelöst hat oh nö hier ist ein gladiator in der baston eines sklavenhalters das blut bei der familie klebt an euren händen ich könnte theoretisch für yoshimo pfeile einsammeln aber nö obwohl doch zwei stacks sollte ich einsammeln das dürfte ja leicht zu erledigen sein zwei stacks pfeile zusammen zu kriegen mal sehen wer hier noch an dane macht ja die rausschmeißer mal sehen wie euch kalter starr meinen streisen werdet ihr nichts tun das sollte nicht sein mal sehen wie euch kalter starr was hendak unwissender barbarischer sklave ihr steckt hinter dem ganzen chaos oder ich werde euch die haut vom leibe ziehen es reicht schon ihr besitzt mich nicht länger und ich werde dafür sorgen dass ihr niemanden mehr besitzen werdet ich habe eure höllische kampfgrube jahrelang überlebt mit euch habe ich ein leichtes spiel wir werden sehen wie auch die anderen die ihr befreit habt ich habe vor diesen ort als ausreich für meine sklaven schafft zu übernehmen um sicherzustellen dass dies nie wieder geschehen wird ich wünsche ich müsste darum dich bitten aber es gibt noch eine weitere aufgabe die getan werden muss die sklavenhallen sind auch immer in großer zeit nach kattler versteckt in ihrem stützenpunkt hier in den slums sie haben noch viele kinder die auch als sklaven dienen müssen ich möchte euch bitten die stadt ein für einmal von dieser seuche zu befreien ihr verlangt viel hendak was habt ihr vor mir für all das zu geben warum überlasst ihr dieses problem nicht der garnison im moment kann ich euch nicht helfen dann vielleicht ein anderes mal ich habe kein interesse noch mehr sklavenhallenhalter in der stadt da schön wir werden tun was wir können ich wusste ihr würdet mich nicht im stich lassen der sklavenhallen ist nicht weit von hier ein aufgebocktes schiff an der ostseite des slums es könnte riskant werden oft dort einzumarschieren aber es gibt ein gerücht über eine geheime passage zu den kanälen welche die kumpferkode mit dem sklavenhändler stützpunkt verbindet aber ich weiß nicht wo sie sein könnte ich weiß nichts über die inneren verteidigungsanlagen dort ich war nur einmal kurz da drin und das ist lange her noch mehr kinder als sklaven versteht wo es außer sich über das böse das sie dieser stadt besitzt ergriffen hat wir müssen die kinder retten talisa wir müssen es ist eine chance einen entscheidenden schlag gegen die sklaverei der kadler zu führen überlegt es euch dann ist er könnte zumindest für einige zeit fit zum guten verändern die sklavenhändler selbst angreifen auf ihrem eigenen boden ich weiß nicht tut es wenn ihr meint talisa aber glaubt nicht dass es einfach sein wird ich wünsche euch alles gute na gut wir gucken erst einmal was mr reicher schlössl bei sich hat jede menge schmuck geld tödlicher nebel und nischro beschwören das klingt nach zwei sehr mächtigen zaubern quick save hat geklappt hat auch geklappt zwei stufe sechs zauber das ist ein nischro mit Hilfe des zauberes erzeugt der magier ein magisches wesen beträchtlicher macht den sogenannten nischro auf den ersten blick erscheint dieses wesen wie eine wolke roten nebel zu aber wenn man genau hinschaut erkennt man dass diese brunnen der masse offenbar von intelligenz beseelt ist der nischro wird von magischer energie angezogen wie eine morte vom nicht ernährt sich von den energien die von magiern und anderen eingesetzt werden glücklicherweise untersteht das wesen der kontrolle des zaubern so dass keine gefahr besteht dass es ein beschwörer attackiert obwohl es nur das nur zu gern tun würde er verfügt über keine körperlichen angriffe er leitet aber schaden durch sie wenn ein nischro seit dem tag um einen feindlichen magier schlägt passieren zwei dinge alle magischen gegenstehen mit ladung verlieren eine ladung wenn es sich dabei um die letzte ladung handelt wird der gegenstand zerstört 12 der magier eingeprägt zauber und tödliche wolke der zauber erzeugt eine wolke dicht nebel sehr stark säureartig ist alles tierische leben das nicht gegen säure immun ist der leiden jeder rundet in der das betreffende wesen dem nebel ausgesetzt ist acht schadenspunkte außerdem tötet der zauber alle beschworenen wesen mhm er ist ein bisschen besser als die wolke des todes die wir nicht haben naja den deutsch brauchen wir nicht äh vergesst es erstmal wir können ja noch mit ihr hier reden und ihr mal sagen wo ihr ehemann ist der hätte es nämlich wirklich verdient genau genommen habe ich ihn in den hinterzimmer getroffen vielleicht könnt ihr ihn da finden was hinterzimmer dann gehen wir mal nach das ist ja nicht mich liebling zu nennen ihr werdet auf der stelle mit mir nach hause kommen ja mein schnitz nein ihr könnt ihn nicht haben er gehört mir noch ein wort von euch weib und das wird euer letztes sein weib weib hört mal her alte harp hier wie nennt ihr mich das war's mädels meine damen bitte nicht streiten meine eude hab mir ganz schön eingehäuzt die anderen meine frau ihr habt um mich gekämpft da habt ihr verdammt recht oh liebe es ist zu besonderheit lass uns nach hause gehen ja oh ein identifizieren sauber oh ja den können wir gut gebrauchen identifiziere mal den bogen der tuigan die tuigan sind ein nomadenvolk das über ganz herum verstreut ist und über die stemmen des kontinents zieht alle mitglieder dieses nomadenvolks haben jedoch die gleichen vorfahren die bögen die sie herstellen sind auf ihre agilen krieger zugestimmt der herstellungsprozess ist ein gut behütetes geheimnis aber jeder kennt die vorteile eines tuiganbogens jeder der bögen verschießt mehr pfeile in der gleichen zeit als ein vergleichbarer bogen anderer fertigbogen drei schüsse pro runde etw minus eins fernkampfwaffe hm du bist ein normaler kurzbogen noch tatsache gut das heißt wir werden jetzt rasten am besten bei bernhard bei mir ist das bier billig da uns händler an der ermittlung besprochen hat würde ich gerne wissen was ihr anzubieten habt ihr ja einmal als händler mieten nein oh nein nein was ihr müsst ein albtraum gehabt haben entspart euch alles ist in ordnung ihr verrücktes weibstück das waren nur träume es ist alles in ordnung nein irgendwas stimmt hier überhaupt nicht kalit fehlt mir immer mehr ich ich hatte gedacht ich wäre stärker trauer ist kein zeichen von schwäche nur in der schwermut ja ich auch ich erinnere mich an dieses prappeln aus alandos prophezeiung trauert um eure verluste aber sehr dankbar für das was ihr noch habt äh bringt aber auch nichts kannst du ihn nutzen ja könntest du du könntest ihn nutzen du nicht du nicht du nicht okay minsk rüstungsarmbänder rk 6 das sind rk 4 schon ne 3 sogar jo handschuhe des taschendiebstahls also was für yoshimo auch wenn es nicht wirklich nützlich ist bolzen plus 3 äh plus 2 okay noch ein bisschen zeug zum verkaufen und das können wir leider nicht identifizieren gut jetzt bringen wir neue zauber ein und rasten noch einmal können wir auch bei ihm rasten ich bin euch stets für eure hilfe dankbar ich wollte sehen ob ich mich eurer dienste bedienen kann es ist nicht viel nicht so viel wie dieser teufel hatte aber es ist eine menge und dann bin ich für euch redet mit bernhard okay ich muss aufhören mein eigenes bier zu saufen da solltest du gut dann identifiziere noch die restlichen bolzen okay damit hätten wir das alles das heißt ich werde jetzt speichern lp12 wäre das dann lp012 und dann mache ich jetzt einen cut also bis gleich dann hoffe ich trotz hier unsere Vielen Dank.